Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars World Republic mit unserer tapferen Jedi-Gelehrten. Und wir stehen jetzt hier vor dem Eingang, um die Klassen-Quest-Wampel voranzutreiben. Der Kipfel ist das hier. So. Installiere den Daten-Stick. Ah ne, Quatsch. Äh. Warum komm ich jetzt hier nicht auf? Okay, da muss ich dann eben halt. Gut, da muss ich jetzt doch da hinfliegen. Den Rest. Die Wand. Und? Das ist ned. Ich bin dein deux. Essen zu sein. Und? Die Wand. Wie ist der? Ich bin dein Weg. Ich bin dein Weg. Und? Ich bin dein Weg. Es geht nicht. Ich bin dein Weg. Du bist du bist. Und? Ich bin dein Weg. Ich bin dein Geist. Gut, für die Meisterin Sidoni. Wollen wir mal, dass wir die Güte davon überzeugen können, wieder heilen oder sich heilen zu lassen. Ähm, er kann euch auch töten. Das muss ein Irrtum sein. Machtüberreden, ich bin zugelassen. Ich habe Meisterin Sidonis Erlaubnis. Tja, so Jedi-Fähigkeiten. Oh, da muss ich ganz kurz das nachgucken. Äh, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, okay, das ist klar. Da habe ich eigentlich gesagt, hier ja nur die helle Seite spielen. Hier ist er also. Direkt vor euren Augen. Der unwiderlegbare Beweis. Das Haus Alde konspiriert seit Jahren gegen das Haus Organa. Unter Ausnutzung des guten Glaubens. Das Haus Thul ist der Grund für die Ermordung des Erben von Panthea. Und das Haus Ulgo ist nur eine Marionette des Hauses Rist. Lügen. Nichts als Lügen. Es gibt holographische Aufzeichnungen, Dokumente. Ihr könnt diese Beweise nicht abstreiten. Wir haben euch vertraut. Wie könnt ihr es wagen? Ihr werdet unsere Armeen auf dem Schlachtfeld zu sehen bekommen. Bleiben wir höflich. Was ist hier los? Ach, ich habe den Spaß verpasst. Bitte beruhigt euch. Es muss noch einen anderen Weg geben als Krieg. Beruhigen? Der Mord am Mann im Bruder wurde 20 Jahre lang nicht aufgeklärt. Und ihr erwartet von mir, dass ich dem Mörder gegenüber sitze und ruhig bleibe? Schweigt einfach, Jedi. Ich tue das hier zum Wohl der Galaxis. Ihr braucht Hilfe. Meisterin Sidoni, ihr leidet an einer Krankheit, die euren Geist verwirrt. Ich habe meine Krankheit dank der Vernunft überwunden. Ich denke, wie ich es immer getan habe. In Strategien, Variablen und Ergebnissen. Ich habe die Zukunft berechnet und für den Frieden der Galaxis muss auf Alderan Krieg herrschen. Ich werde mich nicht von diesem Kurs abbringen lassen. Das werde ich nicht zulassen. Krieg ist keine Lösung. Dann sterbt ihr sie an. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das werde ich nicht zulassen. Es tut mir leid, Meisterin Sidoni. Aber das kann ich nicht zulassen. Ihr seid zu spät. Alle Stücke des Puzzles liegen bereits an ihrem Platz. Ihr seid ein noch üblerer Lügner als das Haus Rist. Das Haus Rist nimmt Anstoß an dieser Charakterisierung. Mörder. Das war vor 30 Jahren. Wir hatten eine Allianz. Das Haus Organa hat genug gehört. Es ist offensichtlich, dass es keinen anderen Weg gibt als Krieg. Sie täuscht euch kein Schicksgerede mehr. Das sind Friedensverhandlungen. Ihr werdet alle zusammensitzen und Frieden schließen. Nein. Im Haus Organa schätzt man es nicht, ein Messer in den Rücken zu bekommen. Was soll das selbstherrliche Gerede? Wir wurden von Alderaan vertrieben, weil ihr uns etwas angehängt habt. Ja. Und dann habt ihr den Thronerben ermordet. Wir haben niemanden ermordet. Das war das Haus Rist. Ja. Das Haus Rist hat einen Thronräuber auf den Thron gesetzt. Aber ihr gab den Befehl für den Anschlag. Thronräuber. Unsere Regentschaft ist ebenso legitim wie die aller anderen. Ihr seid alle schuldig. Das Gesetz soll sich darum kümmern. Genug der Streits. Das ist jetzt wirklich nicht hilfreich. Das ist nicht euer Kampf, Jedi. Ist es nicht überaus günstig, dass Organa gerade rechtzeitig eine Allianz mit dem Haus Theral schließt, damit ihr auftauchen könnt? Ja. Das ist nur ein weiterer Betrug. Deswegen kann kein Frieden herrschen. Ah, Ruhe. Jetzt hört ihr, sie will Krieg. Sie manipuliert euch. Dieser Krieg wird Alderaan nicht helfen. Oh Gott. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist Schluss damit. Oh Gott. Ja, nun geht mal ruhig hier. Nein, ich werde nicht scheitern. Nicht schon wieder. Es tut mir leid, Pakanas. Ich habe versagt. Ich habe versucht, die Dunkelheit aufzuhalten. Doch ich habe versagt. Beruhigt euch. Ich bin hier, um euch zu helfen. Es ist zu spät, um mir zu helfen. Ich habe versagt. Ich habe Pakanas enttäuscht. Es ist meine Schuld, dass Pakanas gestorben ist. Malakur III, ich habe mich verrechnet. Wir mussten ihn zurücklassen. Er ist meinetwegen gestorben. Vivica! Mein Kopf! Bitte, ich kann seine Stimme nicht länger ausblenden. Ihr müsst mich töten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Natürlich nicht! Ich werde euch nicht töten. Doch ihr müsst seine Stimme nie wiederhören. Jedi! Was? Wie konntet ihr? Ich verstehe nicht. Mein Geist ist wieder klar und ihr... ...seit schwach. Geht es euch gut? Was habt ihr getan? Es ist ein Schutzritual. Es sollte eure Gedanken für eine Weile vor Lord Vivicas Stimme schützen. Ich danke euch, Jedi. Ich hoffe nur, das Opfer war nicht zu groß. Für eine Weile dachte ich, ich könnte Lord Vivicas Stimme aus meinem Kopf verbannen, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Mit eurem klaren Verstand. Ich weiß nicht, was dann geschehen wäre. Ich weiß nicht, was dann geschehen wäre. Meister Sio wird sich fragen, wie es euch geht. Ich werde den Rat der Jedi kontaktieren. Bestimmt werden sie eine vollständige Erklärung erwarten. Ich denke, ich kann für alle Anwesenden sprechen, wenn ich sage, dass diese Versammlung euch dankbar ist. In der Tat. Aber ich muss sagen, Jedi, ich weiß nicht recht, wie es jetzt weitergehen soll. Lasst Waffenruhe herrschen und nehmt die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf, um an einem formellen Friedensabkommen zu arbeiten. Die Versammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder tagen, um die Details des Friedensabkommens zu besprechen. Nochmals danke, Jedi. Okay, kehrest du deinem Hangar auf Alderaan zurück. Okay, gut, da wird dann jetzt die Klassensstory hier auf Alderaan abgeschlossen. Aber wir müssen ja noch hier die Planeten Christian auch noch fortführen. So, wo bin ich? Wo bin ich? Hier muss ich jetzt hin. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Ich habe keinen Schaden genommen durch den Kampf gegen Meisterin Siduni. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das ist aber was Neues hier drin. Ähm, warte mal, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? So, 3.000er Credit und Taschend. Kein Einflussgewinn, kein Einflussgewinn, kleine Einflussgewinn, kein Einflussgewinn. Gut, dann können wir ja mal ganz kurz den Credit-Chip dafür ticken. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Gut, ähm, Kai-Panthera. Wo ist das Kai-Panthera? Ah, hier. Kai-Panthera, so. Der Zeitpunkt ist gekommen. Je länger diese Zecke auf dem Thron sitzt, desto tiefer zerrt sie an Alderans Adern. Das streite ich ja nicht ab, nur... Unser Retter! Ich begrüße euch im Namen des Hauses Panthera. Ich bin Prinzessin Katai, der einzige Ersatz für einen Erben, den uns dieses Ungeheuer Ulgo gelassen hat. Man sagte mir, ich müsse dringend mit euch sprechen. Ich brauche eure Hilfe. Stürzt den Mörder meiner Familie vom Thron und ich unterstütze die Republik bei der Wahl eines Herrschers. Wie ich zu Commander Bradell sagte, konventionelle Methoden nützen nichts. Buris Ulgos Armee ist in Organas und der verbliebenen Königinnenwache gewachsen. Die einzige Chance ist eine kleine Einheit, die ins Anwesen eindringt und den Thronräuber herausfordert. Er muss bestraft werden, doch ihr könnt nicht für die Rache leben. Meine Familie ist tot. Wofür soll ich denn sonst leben? Boris Ulgo hat sich mit der Elite seiner Wachen im Thronsaal verschanzt. Tötet ihn. Solange er lebt, stellt er eine Bedrohung dar. Das ist nicht nötig. Er hat der Republik 20 Jahre lang gedient. Verhaftet ihn und man wird ihm den Prozess machen. Alle sollen von seinen Verbrechen hören und wissen, dass gerecht über ihn geurteilt wurde. Danke sehr. Wenn ihr ihm gegenüber tretet, könnt nur ihr das entscheiden. Aber erwartet nicht, dass er den Thron aufgibt, solange er noch lebt. Dies ist der Zugangscode für das Privatgemach. Für alles, was ihr getan habt und was ihr noch tun werdet, müssen wir ihn euch anvertrauen. Benutzt ihn, um diesen Hund vom Thron zu stürzen. Dann wird das Haus Panther euch ewig dankbar sein. So, da wollen wir den Heidi dann mal vor so einen Boden schützen. So, warte mal, kann ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich wollte ganz sagen, im Moment mal nicht. Ja, können wir es halt egal. Oh! Moment mal. Ach ja, ach komm, was ist hier? So, aber dann kommen da vorne, da sind wir schon wieder zum Schwierigkeiten. Schade, ich habe leider keine Tarnung, dann könnte ich bis in den Thron direkt hineinschleichen. Aber irgendjemand muss hier die Gegner weggearbeitet haben, sind auf dem Weg hierher zum Thema Leute stehen überall Gegner herum. Die muss hier irgendeiner alle weggearbeitet haben. So... 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 Und hier endet dann auch die Planetenquest. Ist ja das gleiche wie auf der imperialen Seite. Ich hatte mich schon gefragt, wer als erster hier auftauchen würde, um mir den Thron streitig zu machen. Mit einem Fremdling hätte ich nicht gerechnet. Wer schickt euch? Die Organas? Oder die Panthers, diese elenden Narren? Was führt euch her? Ich bin der Republik. Alderaan wird nicht fallen. Weder an das Imperium, noch an euch. Vergisst die Republik so schnell? Ich habe die Schlacht von Rordak gewonnen, indem ich persönlich an Bord von Moffseptors Schlachtkreuzer gestiegen bin. Was haben die Panthers denn je getan, außer der Republik den Rücken zu kehren, als der Senat eine schwere Entscheidung zu treffen hatte? Die Torheit der Panthers hat doch erst die Rückkehr des Hauses Thul ermöglicht. Ohne mich wäre Alderaan schon längst ans Imperium gefallen. Eure Ziele mögen edel gewesen sein. Aber nun scheint euer Herz nur noch vom Machthunger ergriffen zu sein. Ich verdiene die Vorzüge der Königlichkeit. Ich allein halte diesen Planeten zusammen. Sie sollen mir Tribut zollen. Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen. Diese Welt gehört mir. Und lieber sterbe ich, als sie jemand anderem zu überlassen. Zu den Waffen, Männer. Verteidig den Thron. Für Alderaan. Ach, kommt schon, Leute. Jeder hat irgendeine Schwäche. Bis hierher ist unser Wuppel noch nicht durchgedrungen. Gut. Wir wollen mal ein, wir rein. So, jetzt die Schildkennatoren kennen wir ja schon. Genau wie ich es programmiert hatte. So, jetzt müssen wir den Raketenwerfer nehmen. Und jetzt... Oh! 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 Oh, come on! Oh! Hier, können wir? Jetzt ist Schluss damit. Also entweder das meine Maus defekt oder die Schnöppel hier reagieren irgendwie richtig seit 7.0. Ach kass, ich brauche eine Verwaffnung. Okay, gut. Bis hierher ist unser Ophol noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist Schluss damit. So, dann hauen wir den jetzt hier auch mal weg. So gut, noch einen. So gut, dann wollen wir den auch mal weg arbeiten. So gut. So gut. So gut. So gut. Dann kommt ihr. Bis hierher ist unser Ophol noch nicht durchgedrungen. Gut, ähm Jetzt wollen wir den Ulgo plackhauen Herr König Buris Ihr begeht einen Fehler Ich bin der Einzige, der stark genug ist, um Alderaan vor dem Imperium zu schützen Es soll nur anhand eurer Handlungen über euch gerichtet werden Und wenn Alderaan ans Imperium fällt und eure Leute in die Sklaverei verkauft werden, wer wird mich dann richten? Legt ihn in Fesseln, draußen wartet ein Transporter Gratuliere, nur wenige können von sich sagen, sie haben einen König gestürzt Kommander Bradell wird euch persönlich danken wollen Berichtet Ich hoffe, ihr habt eine sichere Haftzelle auf dem Schiff Oh ja, ich bin sicher Buris Ulgo ist kein Mann für einen leisen Abgang Ihr habt mehr erreicht, als es die gesamte Macht des Imperiums und der Republik konnte Ihr habt den Thron von Buris Ulgo befreit Und doch wird es ein harter Kampf bleiben, den Griff des Imperiums auf diesem Planeten zu lockern Das Herz von Alderaans Volk ist stark Es wird sich widersetzen Alderaan hat über mehrere Generationen keinen echten Krieg mehr erlebt Es wird viel Mut erfordern, siegreich zu sein Ich kann euch nicht länger hier aufhalten Ich danke euch für eure Unterstützung Durch euch ist Alderaan dem Frieden einen Schritt näher gekommen Ich danke euch für's Zuschauen, wenn es gefallen hat Ich danke euch für's Zuschauen, bis bald Auf Wiedersehen Bis bald